Wieso konnt ihr schon wieder nicht wachsen? Herzlich willkommen zurück zu Stardew Willi. Mit Gorobai. Stardew Willi nennt man das Spiel. Ja, Stardew Willi. Morgen wird ein klarer Tag. Was macht Hayley denn jetzt? Die macht Fotos? Die nächsten Sachen schon erntebereit hier. Geht das nicht, weil da was vorsteht? Oh, Foto von mir Hayley. Er sagt Ziegenkäse. Ziegenkäse. Ei, ei, ei. Ist das der Granatapfelbaum? Dann wird das das erklären. Apropos Baum. Ich hätte mir vielleicht auch nochmal einen gönnen müssen. Hast du eigentlich alle Bäume, die es gibt? Ich glaube. Ich habe alles gekauft, was geht. So. So. Denke ich mir gerade auch. Erstmal hier verkaufen. Denken wir uns das alles ein. So. Ist auch gut. Den Teich aus der Dose vom Netto. Nice. Schön knack und backen. Knack und backen Brötchen sind aber manchmal nicht verkehrt. Ja. Das stimmt. Die sind aber teuer im Vergleich. Ja, das stimmt. Aber die sind immer noch besser als diese Aufbackbrötchen, die du in so Tüten hast. Stimmt. 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 Hey, Blinky. So. Wo habe ich denn mein ganzes Zeug reingemacht? Hier. Ich muss gerade auch erstmal gucken hier. Muss ich nochmal gießen, nämlich. Wieder fünf Kaffee hier. Kann man doch wieder... Aber dann lieber bei Knack und Back. Dann lieber, äh... Die, äh... Die Croissants. Oh. Der Herr. Der Herr rollt noch selber. Ein. Ein echter Connoisseur, wenn man so schön weiß. Der Herr rollt noch selber. Hier wird noch selbst gerollt. Die Rollmöpse. Käferfleisch. Wo habe ich das denn da? Will ich auch nicht. Ich weiß nicht, was braucht Hayley denn zum Kochen hier? Kocht sie überhaupt mal was? Liegt das im Kühlschrank direkt, oder? Naja, es müssen halt auch die passenden Sachen da sein, ne? Ja, habe ich nicht. Ich habe einfach irgendwas reingemacht. Wird schon passen. Oh, das haben wir noch gar nicht übergesprochen. Was essen die denn in den Niederlanden? Wenn nicht Brötchen. Hack. Hä? Essen die Hack, oder was? Frikant ist spezial. Oh, ich brauche das. Hm? Nee, wie kannst du in meinen Kühlschrank? Ich brauche einen Lauch. Morchel. Das hier kann sie kochen. Oder ein Spiegelei. Hayley. Kannst du mal Spiegeleier machen? Ja. Ein weißes, ein braunes Eis drin. Brot. Brot. Ich war heute Kühe, ne? Ja. Glaube. Denke. Ich, äh, denke. Die Kühe sind fertig. Was wollte ich jetzt? Wenn der jetzt wieder nicht wachsen kann, ist es Ripp. So. Oh, mein Kaffee ist fertig. Und dann muss ich zum, wie heißt der? Clint heißt er. Clint. Eastwood. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind es nur noch acht Tage. Acht Tage. Da kann man bestimmt auch noch mal was anpflanzen. Wo wir gerade drüber sprechen. Hm. Wo ist denn mein Schwert da? Mein Schwert, mein Schwert. Bin ich verkehrt gefahren? Eventuell. Das nehmen wir auch noch mit hier. Zack. Cash mir raus hier, Leute. Cash mir richtig raus. So. Ich hab Nephi endlich geheiratet. Deswegen auch Doppelhochzeit heute. Wir haben halt beide geheiratet. Die Frauen, das sind unsere Putzfrauen. Die haben wir eingestellt. Ey. Das schon. Das nicht emanzipiert. Hayley hat gerade ein Foto von meiner Palme gemacht. Ey. Finger weg. Oder war jetzt doch Frauentausch. Ich hab das immer noch nicht ganz gut gekriegt. Haben wir heute Frauentausch schon oder nicht? Wieso ist es dann okay, wenn sie Fotos von meiner Palme machen? Das wäre okay dann. Aber ich bin so glücklich für euch. Dankeschön. Einfach für die Story hätten wir wirklich aneinander heiraten müssen. Das wäre noch witziger gewesen. Und dann? Wer hätte gekocht von uns? Ich nicht. Kennst mich doch. Stimmt. Seit Minecraft. Pam's Harvestcraft. Ist er der King? Ist er der King? Ich war vorher schon der King, aber... Aber da dann nochmal richtig... Oh, was ist denn das? Was? Wow! Wir haben acht Tage. Braucht hier Dings noch irgendwas? Das war ein Fehler. Egal, wir tun's. Ja, keine Ahnung. Wofür ich das... Hier ist noch Müll einmal. Keine Ahnung. Pflanzt man noch was an jetzt? Wie sieht's aus? Investing Tips mäßig. Wird noch was angepflanzt. Ich hab Papier nochmal reingeschoppt. Koro und seine Pilzsuppe. Du hast Papier nochmal reingeschoppt. Was hast denn du gekauft? Kartoffeln! Werden die noch was? Na klar, in sechs Tagen werden die noch was. Bist du dir sicher? Warum sollten die nix werden? Wir haben noch acht Tage Frühling und sechs Tage brauchen die Kartoffeln. Achso, die brauchen nur sechs Tage? Mhm. Ja dann! Investieren, Freunde! Investieren! Die magische Kartoffel, ganz genau. Wer tritt meine Felder eigentlich immer kaputt hier? Das ist bestimmt Goro nachts. Ich bin die gute Fee. Ich bin die gute Fee. Die Pummel-Fee bin ich, die da so rumspringt. Acht. Kommt, dann wird's schon noch nicht. Pierre, du. Du nimmst es auch von den lebenden, Pierre. Was ist das für eine Quest? Irgendwas muss ich so leben, du Spocko. Skorpionkarpfen, Dino, ist ganz vergessen. Hast du gar kein Geld für? Investieren, investieren. Wovon nimmt Dino sich eigentlich das ganz ... Ach nee, er raubt mich ja die ganze Zeit aus. Ja, das Geld hat er von dir. Aber ich wollte gerade sagen, wofür nimmt er dann das Geld, was er angeblich hat, um sich Sachen von uns zu leisten halt. Weißt du? Weißt du, wie ich mein? Mhm. Aber es macht natürlich Sinn, wenn er mich ausraubt die ganze Zeit. Ich dachte, ich hätte übertrieben auf das Feld hätte noch was gepasst. Ich kacke ab, ey. Oh, hier hat auch noch was hingepasst. Naja, eigerlich. Eigerlich. So ist das manchmal. Da kann man nicht alles investieren. Man muss auch mal wissen, wann Schluss ist. Man kann nicht die ganze Zeit investieren, investieren, investieren. Heli, hast du mittlerweile gekocht? Willi, ich hab was für dich. Kannst mir mal erzählen, ob er das mag. Das mag der. Ich hab nämlich so ein bisschen das Gefühl, Willi mag mich. Willi mag halbe Schweine oder so? Nee, nee. Ich weiß, was ein Seemann mag. Einen schönen Schnaps. Ja, es geht schon in die Richtung. Wein. Kaffee. Oh, kann ich ja gucken, was hier noch... Das ist großartig. Wenn nur Papa noch hier wäre, er wäre sicher total begeistert. Ja, Willi, ich weiß, was du magst. Kann ich mich hinsetzen? Wieso kann ich das nicht benutzen? Was mochte er denn? Meat. Meat? Kann ich ihm auch noch Geschenke machen? Oh, hab ich schon. Ist ärgerlich. Hast du ärgerlich? Brauch ich sonst noch irgendwas? Die Pilze hab ich heute schon abgeholt. Meat, Katzenfisch, Diamant, Iridium. Ja, genau. Das auch. Wenn ich denken müsste, baue ich mir noch einen besseren Sprinkler oder gönne ich Willi ein bisschen Iridium, denke ich auch. Das ist eine gute Wahl. Oktopus, Seegurk und Stör mag er. Auch ein echter Kondisseur. Bei mir ging erst mal das Replay an von alleine. Nice job. Okay. Was für ein Replay? Meine Replay-Funktion, nicht im Streamer. Wie geht denn die von alleine an? Weil die auch mit Voice-Commands gestartet werden kann. Anscheinend hab ich irgendwas gesagt, was so klingt wie der Befehl. Oktopus. Oktopus. So. Wofür brauch ich das denn? Oh, das würde natürlich ... Das wär auch nice. Ich war auch kurz verwirrt, warum die anging, aber dann war's mir klar. Ähm. Lebens-Elixier stellt Gesundheit vollständig wieder her. Das wär eventuell was, wo ich mal drüber nachdenken sollte. Erleuchtbar ein zerfrischenes Moin-Moi. Könnte ich mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ich hab halt so wenig Iridium. Das ist halt eher schlecht. Ich hab zwei Iridium. Aber ... Ich weiß auch nicht. So, ich glaub heute ... Warum kann ich denn so wenig craften eigentlich? Kann man nicht normalerweise viel mehr craften? Ja, musst halt leveln, ne? Mache ich doch die ganze Zeit. Leveln und looten. Sammeln. Ich muss besser sammeln können noch. Und Minen arbeiten können. Und fischen. Und Kamm und leveln. Tja. Ich kann alles, aber nix richtig. Das ist so ... Das ist so ein bisschen mein Problem. Das Stardew Valley. Und in real life. So, morgen wird's was geben, Kinder. So. Wie viel haben wir eigentlich im Silo drin? 231. Ich hab letztens Gras gemäht und dann war wieder voll. Nochmal nachgemäht. Nice. Keine Ahnung. Das funktioniert alles nicht so richtig hier, Leute. Äh, so. Batterie, komm. Legen wir mal weg, bevor Linus mir die klaut. Wieso willst du nicht mich? Kennen ihn alle. Nö, aber ... Linus, das ist doch eh so ein ... Das ist eh so ein Geier. Der hat kein Eigentum und klaut sich das links und rechts zusammen. Ja, das ist so ... So machen Penner das. Linus ist kein Penner. Was dann? Zwischen zwei Wohn ... Situationen. Zwischen zwei Wohnsituationen. Kein Haus und auf der Straße, oder was? Zwischen zwei Wohnsituationen. Das ist Linus. Zwischen zwei Wohnsituationen. Das heißt, er pennt zwischen zwei Häusern. Granatapfelbaum konnte letzte Nacht nicht wachsen, Nefi. Hast du einen und der wächst nicht? Morgen blitzt es wieder. Nee, ich hab keinen Granatapfelbaum. Warum wächst denn der nicht, der Assi? Hey, Fischsuppe. Dankeschön, Willy. Robin, nice. Erstmal 50 Holz geschneckt. Nice. Hayley hat ein paar Zäune repariert. Ich weiß zwar nicht welche, aber ... Wer möchte Sashimi? Ach du großer Gott. Dann muss ich ja Fische fangen. Das ist ja ekelhaft. Hayley, können wir Sashimi machen? Können wir Sashimi machen. Das heißt, Hayley, kannst du Sashimi machen? Hayley, kannst du Sashimi machen? Was davon ist der Granatapfelbaum? Verdammte Axt. Das hier? Brauchen die mehr Abstand als zwei? Räume? Ja. Wahrscheinlich. Die haben nur einen Abstand von eins. Vielleicht deswegen. Aber das war doch noch nie ein Problem. Oder? Ach, war das ein Problem. Wahrscheinlich schon die ganze Zeit ein Problem. Ich bin Kühe heute, ne? Aber übrigens, ich finde, ihr könntet jetzt langsam auch noch mal zwei Namen in den Chat schreiben. Ich glaube, ich kaufe gleich noch mal zwei Kühe für uns. Zwei Kühe? Ja, oder? In den kleinen Stall können wir eh nichts anderes reinmachen. Strauße höchstens noch. Strauße, nice. Können wir höchstens, höchstens Strauße reinmachen noch. Kisschen und was? Dann die schon mal weg, das weg und dann gehen wir los. Einmal zu Clint, äh, Clint? Ja doch, Clint. Clint? Das ist nur für Clint. Der kann mir mal meinen Stein brechen. Käse, 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 Käse. Ach, warte mal, ich muss auch noch mal hier. Ey, Clint, lang nicht mehr gesehen. Na, bitte so. So ist gut. Kümmern wir uns später drum. Los geht's. Ähm. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte Kühe kaufen. Mache ich gleich. Und dann... Und dann gucken wir mal. Als ob du das siehst. Sanje, wie. Du bist halt echt so ein alter Müllkrabscher, bist du. Die kann um die Ecke gucken. Der hat gerade seine Geldscheine gezählt. Das hat der nie im Leben gesehen. Mann. Der hat Geld in den Mülleimer geworfen. Der riecht das. Der hat so eine Glocke da dran. Kling, ding. Könnte noch was wert sein, wenn da einer was rausnehmen will. Was kriegst du nicht? Wenn du dann denkst, ist das doch was wert. Da sind seine Steuerunterlagen drin. Mochte er das? Der Louis? Oh, beliebte Geschenke. Der steht da voll drauf. Goro, wie viel Holz hast du? Äh, Massen. Warum? Wir könnten... einen großen Stall haben. Was sollen wir einen großen Stall haben? Ich fäll grad schon mal Bäume. Mir fehlen nicht viel. Ich hab fast genug dabei. Ich muss noch ein paar Bäume fällen. Wenn nicht alles ins Wasser fallen würde. Linus steht hier grad am Wasser. Soll ich ihn reinschubsen? Lass es aussehen wie ein Wunfall. Da hängt noch ein Zettel in der... Hier, Eigentum von Korobai hängt grad aus seiner Tasche. Hängt aus seiner Hose raus. Eigentum von Korobai. Arme Linus, ey. Der hat schon nix. Hier war blöd. Aber sonntags ist doch... Warst du unten am Hafen schon? Nee. Am Strand? Nee, warum? Da kommt doch sonntags. Normalerweise sind wir Korallen. Hallo, ich mag Pizza. Was ist denn heute mit Pizza? Warum ist es so viel Pizza heute? Heute ist Pizzatag. Ich glaub auch. Montag ist Pizzatag. Uh, nice. Okay. Ja, also soll ich keine Tiere kaufen oder was? Kannst du, aber du kannst nicht andere Tiere kaufen. Ah, nee. Was kriegen wir dann danach? Eine Ziege? Ich kann's dir aussuchen. Soll ich einen großen Hühnerstall kaufen oder einen großen Kuhstall? Also beim großen Hühnerstall kriegen wir Enten, ne? Heute... Und Hasen. Ein großer... Nee, Hasen brauchen wir einen Luchzen. Beim großen Schweine, beim großen Kuhstall kriegen wir Kühe, äh, Ziegen und Schweine. Nee. Doch. Nein. Doch. Ich steh doch grad bei Marni. Ziegen kriegen wir... Muss man die nochmal upgraden danach. Ja, mit einem großen Stall, Enten kriegen wir mit einem großen Hühnerstall. Dann kriegen wir Ziegenstall hier. Und beim nächsten kriegen wir... Bei einem Hühnerstall kriegen wir Enten. Genau. Und dann gibt es den Luxusstall. Da kriegen wir dann Schweine dazu. Ach so, meine, vergiss es. Ich hab nur 400. Wir können einen großen Hühnerstall gerade spontan kaufen. Na, dann kaufst du so einen. Oh, dauert das lange hier. So. Und jetzt müssen wir die Kuh wie ein Haushaltsgerät nennen. Das ist wichtig. Paul, du willst doch keine Kuh sein. Das sind weibliche Kühe. Kommt, ein Haushaltsgerät. Haben wir nicht noch eins? Opti-Grill oder so? Haben wir nicht sowas? Sandwich-Maker. Sandwich-Maker ist auch nicht schlecht. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich hab den Goro gemacht, Jake. Äh, ich hab Lea geheiratet, Goro und Hailey geheiratet. Super-Gil. Super-Gil. Pauline kann es auch heißen. Aber gut, du hast es dir ja gewünscht, dann heißt es halt Super-Girl. I'm a Super-Girl. 3001 tatsächlich auch. Super-Girls don't cry. Super-Grill. Ah, okay, gut. Ja, ich ändere den Namen gleich nochmal. Super-Grill. Ah, jetzt verstehe ich's. Auch Super-Girl gelesen. Aber auch, weil Nifi das gesagt hat. Hallo? Freunde. Jetzt hab ich kein Holz mehr, ey. Nächster muss Goro kaufen. Wie teuer ist ein großer Stall? Genauso teuer. Also, hab ich jetzt 12 bezahlt oder 10? Entweder kostet er 10.000 oder 12.000. Und wie viel Holz? 450. Normales Holz. Ja. Hartholz? Nee, was braucht immer noch Holz? Steine, glaub ich, fand's auch. Kaufen wir das noch? Tuck, 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 tuck. Ja, ist doch normal. Ach so, ah, okay. Das ist, weil hier jetzt umgebaut wird, der große Stall. Ja, okay, verstehe. Ah, ja, ein großer Stall. Und dann sagst du 10.000. Kein Hartholz oder was? Nee, ich brauchte jetzt nur Holz und Stein. Mein Hartholz hab ich noch. Holz und Stein. Ja, dann guck ich mal, wie viel ich hab. 450 Holz brauchst du, das weiß ich noch. 450 normales Holz, geh ich mal schon aus. Ja, das hab ich. Ja, dann ... Aber Robin ist ja jetzt erst mal ... Jetzt ist Robin erst mal beschäftigt, das ist das Problem. Ja, dann, wenn sie fertig ist, dann mach ich das nochmal. Oder nicht? Ja, ja, instant. Direkt weiter beschäftigen, die Frau. Soll gar nicht den Hof verlassen. Sind wir denn auch gute Gastgeber, so für den Handwerker? Und geben was zu essen auf, oder? Weiß nicht, ist dafür nicht Hayley zuständig? Ja. Die kocht doch eh immer so, wie das bei dir klingt. Macht sie nicht. Das verstehe ich halt nicht. Im Internet stand das anders. Im Internet stand das anders. Ach fuck, ich schenke dir die ganze Zeit nichts. Ich vergesse das. Kein Wunder, die macht bei dir nichts. Die macht andere Sachen, Guru. Echt wahr? Vielleicht muss ich auch den ganzen Kram, die ganzen Rammstehen, die ich hier nicht verbraten kann, mal wegmachen. Tortillas kann sie machen. Soll sie einfach mal machen. Einfach machen. Sashimi geht auch. Und Spiegelei. Hayley, weiß gar nicht, liegt schon wieder im Bett hier. Ne, wo sind die? Die steht da. Hayley, es ist dunkel hier drin. Warum haben wir eigentlich kein Licht an? Im Dunkeln ist es gut. Kuchen backen. Ja, aber warum haben wir denn kein Licht hier in der Bude? Weil ich ein armer Bauer bin. Ja, weil wir keine Lichter gebaut haben. Kann man Lichter bauen? Ja, klar. Man kann Fackeln bauen, ja. Ist das das einzige Licht eigentlich, was man bauen kann? Ich glaube, meine Frau feiert, ich habe ihr ein scheiß Geschenk gegeben. Wow. Niffi, wow. Got one job. Vor allem habe ich noch gute Geschenke in der Kiste, aber ich gebe trotzdem einen Müll, den ich gerade in dem Start. und dachte, okay, es können klappen. Super falsch, Alter. Super falsch, super falsch. Ja, weiß der Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht. Ganz egal. Na? Tust du es wirklich, Niffi, oder? Ich liebe mich. Oh, Niffi. Ja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Niffi hat sich ins Bett gekuschelt. Ein bisschen früh, ne, sehe ich gerade. Nö, ist okay. Ich habe heute die Folgenzeit gesehen, denke ich, ist okay. Ist okay, wir hatten ja heute, hatten wir, nee, gestern war der Hochzeit, ne? Ist da noch Platz für mich? Oder wie sieht es aus? Hilfe. Jetzt, wo wir gerade dabei sind. Ja, nein. Wackel nicht so viel, sonst wird die war. Ist da noch Platz? Du, ich liege auch auf der Ritze, wenn das heißt. Ich habe auch extra nicht geduscht, du, nach dem Arbeiten am Arbeitstag. Ist da noch Platz? Tschüss, bis zum nächsten Mal, YouTube. Haut rein. Ciao. Ich mache michера, was Ali jetzt sagt. Ciao. 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 Ciao.